So Wilfried, erstmal Willkommen in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Wir hoffen, du hast eine gute Anreise gehabt. Ja, war okay. Wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass wir mit dir ein kleines Interview machen wollten. Ich denke, die meisten von den Alons werden dich kennen, aber auch für die, die es nicht tun, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, wie bist du zu Scientology gekommen? Naja, also im Prinzip relativ rasch erzählt. Ich bin mit 20, das ist zwar schon jetzt einige Jahre her, nämlich genau 1974 zu Scientology gekommen, weil meine damalige Freundin bei Scientology war. Und ja, so kam ich zu Scientology und blieb leider Gottes 28 Jahre, bevor ich 2002 wieder ausgestiegen bin. Und seitdem widme ich mich sozusagen mehr oder weniger dem Kampf, wo der Kampf ein falsches Wort ist unter Anführungszeichen. Also sprich einfach Aufklärung zum Thema Scientology, also was ist Scientology und so weiter, weil das einfach viel zu wenig bekannt ist. Und was für Positionen hattest du so bei Scientology inne? Naja, ich war unter anderem in den Jahren auch mal der Chef von Scientology Österreich. Also ich war dreieinhalb Jahre lang Mitarbeiter von Scientology und in dieser Zeit war ich unter anderem auch ein bisschen über ein Jahr Chef von Scientology Österreich in Wien. Also du weißt schon ziemlich genau, wie das abläuft. Ich würde mal sagen, ich kenne die internen Abläufe relativ gut. Und die haben sich ja auch in den Jahren nicht verändert. Die sind heute noch genauso wie damals. Man hört ja in der Öffentlichkeit häufig von diesen Auditings. Kannst du dich noch an dein erstes Auditing erinnern? Wie lief das ab? Wie hast du dich dabei gefühlt? Naja, man muss sich das so vorstellen. Also wenn man nicht weiß, was Scientology ist, begegnet einem Auditing, also ich beschreibe das immer so, das ist so ein Mittelding zwischen einer ganz schlechten Psychoanalyse und einem sehr guten Polizeiverhör. Also es wird verhörtaktisch eher vorgegangen. Es wird dabei ein Lügendetektor benutzt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses E-Meter, dieses Scientology, was technisch gesehen sehr primitiver Lügendetektor auf dem technischen Stand der 50er Jahre ist. Also das, was man sieht mit diesen Dosen in der Hand. Genau. Und man muss vielleicht eines dazu sagen, es wird einem davor gegaukelt, dass dieses E-Meter irgendwas sieht. Aber das E-Meter sieht nichts. Das ist eine reine, also wenn man es so möchte, zusammenfassend kann man das so sagen, ich habe das einmal nachgeforscht. Es misst den psychokalvanischen Hautwiderstand. Aber es sagt nichts aus in dem Sinne. Also man kann das vielleicht am einfachsten so beschreiben, wenn jemand in einer Situation ist, die ihm nicht angenehm ist, dann kennt man ja das, da schwitzt man manchmal ein bisschen in den Händen. Und ähnlich läuft das ab, nur halt auf noch viel kleineren Niveau. Also man hat quasi eine Hautreaktion und das misst das Gerät. Also das Gerät mischt schon etwas, aber im Prinzip nichts. Also nichts Aussagekräftiges. Null Aussagekräfte. Und du bist ja nach deiner Erkrankung im Prinzip bei Scientology ausgestiegen. Man hört das wohl häufiger, dass Scientologen diese Krankheit erstmal gar nicht wahrhaben wollen. Und wirklich dann in dem Umfeld verzweifelt nach irgendwelchen unterdrückerischen Personen suchen. War das bei dir auch so? Naja, klar. Im Wesentlichen muss ich das so vorstellen. Also wenn jemand jahrelang mit dieser Doktrin lebt, die einfach besagt, ein Scientologe, speziell ein Clear, also ich war theoretisch Clear in der Anführungszeichen, schreibt der Harvard, bekommt nicht mal Schnupfen, also geschweige denn eine Krankheit. Und der einzige Grund, das ist eine Aussage von L. Ron Harbert, warum jemand krank wird, ist, weil er in Verbindung mit einem SP ist. Das ist auch der einzige Grund, warum Fehler passieren, laut Scientology. Das heißt, er hat die Reaktion eines Scientologen, der krank wird. Er sucht verzweifelt, wo sind die Unterdrücker in seinem Leben, die das quasi verursachen. Und ich habe das so relativ genau gemacht, damals 2001. Ich war ja damals noch Scientologe und habe aber beim besten Willen niemanden gefunden. Und das war dann, wenn man so möchte, mein erstes Aufwacherlebnis, wo ich mir dachte, okay, das kann nicht stimmen. Also ich habe keine Leichen im Keller, es war nichts zu entdecken, also irgendwas haut da nicht hin. Hattest du denn vorher schon mal so ein bisschen das Gefühl, dass du gezweifelt hast, mit der Scientology-Lehre? Also ich würde einmal so sagen, meine Zweifel haben eigentlich begonnen 1988. Damals hatte ich Clear erreicht, laut Scientology. Und nachdem ich das erreicht habe, war der erste Gedanke, was war das jetzt? Was ist das? Wozu habe ich so viel Geld bezahlt, damit jetzt das sein soll? Und man muss vielleicht eines dazu sagen, also ich würde sagen, drei Viertel, wenn nicht sogar mehr der Scientologen, haben mehr oder weniger permanent Zweifel. Aber die werden dann halt im Laufe der Auditings unterdrückt? Naja, man muss sich das so vorstellen, der Gruppendruck innerhalb von Scientology ist so groß und so stark. Und im Rahmen dessen gelingt es, immer wieder den Einzelnen derartig zu verunsichern. Nämlich, da wird eben dann mehr oder weniger durch die Blume gesagt, naja, er liegt falsch, er muss noch das und das machen. Dann schaut wieder das und das raus. Und es ist, wenn man so möchte, gar nicht so einfach, dem als Einzelnen entgegenzutreten. Okay. Du kommst ja aus Österreich. Das hört man, glaube ich, ja. Ja. Wenn du mal so Scientology Österreich und Deutschland vergleichst, gibt es da Unterschiede? Naja, also im Prinzip mentalitätsmäßig. Also ich würde einmal so sagen, in Österreich läuft alles ein bisschen gemütlicher ab, speziell in Wien. In Deutschland ist man ja, wie soll man sagen, ja, Deutscher. Aber sonst eigentlich, also man kann auch so sagen, das ist jetzt nicht misszuverstehen, denn Scientology hat ein French-Size-System und letztendlich ist es vollkommen egal, ob die Scientology-Organisation in Wien steht, in Hamburg oder in San Francisco. Die arbeiten alle nach exakt dem gleichen Ablauf. Also du hast ja jetzt relativ viel von der Geschichte von Scientology auch mitgekriegt und warst lange auch in Leitner-Position. Glaubst du, dass Scientology heute noch die Macht hat, die es mal hatte, also noch so stark ist? Nein, ich würde einmal so sagen, also ich glaube nicht, dass Scientology weniger Einfluss hat als vor zehn Jahren. Man muss sich das so vorstellen, Scientology, es gibt eigentlich zwei Scientologies. Es gibt mal das, was wir hier sehen, eine Scientology-Organisation, die eigentlich relativ machtlos ist. Der Kasten steht halb leer. Also die kämpfen, wenn man so möchte, um die Miete. Also die sind, wenn man so will, nicht machtvoll. Was aber machtvoll ist, also Scientology hat einen eigenen Geheimdienst. Das ist eben dieses Büro für spezielle Angelegenheiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Scientology verfügt über wirklich Millionen. Also die haben einen, wenn man so möchte, Reservefonds in Amerika von über einer Milliarde Dollar an Cash. Da können die auch aus Deutschland drauf zugreifen. Also ich würde einmal so sagen, ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich weiß, wenn Not am Mann ist, also sprich, wenn irgendwelche Gelder gebraucht werden, dann werden auch Gelder locker gemacht. Und da kann jetzt jeder spekulieren, inwieweit, woher das jetzt kommt oder nicht kommt. Und insofern würde ich also die Frage durchaus bejahen. Also Scientology hat immer noch die gleiche Macht. Und man braucht es hier nur ansehen. Die wichtigsten Scientology-Parteigänger sitzen in Amerika. Das sind meistens sehr berühmte Schauspieler, wie zum Beispiel Tom Cruise oder zum Beispiel auch Jennifer Lopez, die zwar selbst keine Scientologin ist, aber ihr Vater ist einer. Also die verfügen über Einfluss. Vor unlängst wurde ja, es gab, vom Ford-Magazin die einflussreichsten Schauspieler gewählt und da hat Jennifer Lopez die Nummer eins angeführt. Will Smith ist ähnlich, ist auch kein Scientologe, unterstützt aber Scientology. Seine Frau ist Scientologin. Also die verfügen nach wie vor, vor allem in Amerika, bis hinauf ins Weiße Haus über immensen Einfluss. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Amerika wieder an sich bei anderen Staaten Einfluss hat und den natürlich auch rausübt, kann man sich dann schon eins und eins zusammenzählen. Du hast ja gerade schon den Gehaltwitz angesprochen, die OSA. Da ist ja hier in Deutschland der Jürg Städtler-Chef. Mein spezieller Freund. Genau. Grüße. Du hast ihn ja schon häufiger mal kennen gelernt. Was ist das in deinen Augen für ein Mensch? Wie ist der drauf? Naja, ich würde es so sagen. Also das Mensch ist ja nicht unsympathisch. Ja, ist ein typischer, was er auch selber gerne sagt, ein gemütlicher Schweizer. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er nicht zufällig Scientologe und vor allem Scientologe im Scientologischen Geheimdienst wäre, würde ich mit ihm auf ein Bier gehen. Dadurch, dass er aber Chef dieses Scientologischen Geheimdienstes ist, würde ich auf kein Bier mit ihm gehen. Weil das ist nicht lustig. Ja, klar. Mit ihm kann man nicht reden. Er ist einfach, wenn man so möchte. Man kann ihn durchaus vergleichen wie ein Roboter. Er hat seine vorgefertigten Dinge, die er einfach rüberbringen möchte, egal was passiert. Und er ist eigentlich, wenn man so möchte, so ähnlich wie fast jeder Scientologe. Ja, also sehr viele Scientologen, also das kann sich zwar vielleicht nicht jeder vorstellen, aber es ist durchaus so, dass zwei Drittel der Scientologen durchaus sympathische Menschen sind. Es ist einfach so wie überall. Man hat überall sympathische und unsympathische Menschen in jeder Gruppierung. Und bei Scientology ist nichts anderes. Nur in dem Moment, wo das Wort Scientology fällt, das ist wie wenn ein Vorhang runtergeht und dann ist Schluss, wird lustig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Stettler lässt sich auch ganz gerne mal so auf Diskussionen dann ein. Also man hat ja zum Beispiel dann nach dem Bis nichts mehr bleibt Film gesehen in der Diskussion. Also da merkt man ja eigentlich deutlich, dass er diese Linie fährt. Meinst du, dass so jemand, ich sag mal, irgendwann aus der Säcke aussteigen kann? Nee, er lässt sich ja auf keine Diskussionen ein. Er sagt es zwar immer, ich diskutiere gerne, aber wenn man ihm zuhört, ja. In dem Moment, wo man auf irgendeinen Punkt kommt, wo er nicht mehr ausweist, sagt er, da muss er seinen Anwalt fragen oder was weiß ich, wie man fragen muss. Das heißt, er ist ja nur, er ist eine Antwortmaschine. Nein. Ja, man stellt ihm eine Frage, also ich war einmal mit ihm in einer Fernsehsendung, da ging es um das Schicksal von einem verstorbenen Mitglied der Sea-Org und dass er so gesagt hat, ja, da gibt es irgendeine Expertise, die sagt, war eh alles okay. Und sobald es ein bisschen tiefer gebohrt ist, hat er gesagt, na, da muss er zurückfragen, da kennt er sich nicht aus. Also das ist, in Wirklichkeit, was er betreibt, das ist ja keine Diskussionskultur, sondern es sieht so aus, er beteuert es zwar immer wieder, aber in dem Moment, wo man ein bisschen hinterfragt, blockt er ab, muss er irgendjemanden fragen oder er stellt eine Gegenfrage. Das heißt, er ist ja nicht bereit, über die Sache an sich zu sprechen. Und da wäre ja immer das, was ich mir ja wünschen würde, ich würde ja gerne mit denen einmal diskutieren, zum Beispiel ihr Buch, was ist Scientology? Das ist ja quasi das, was sie überall herschenken und hergeben. Und da steht ja drinnen unter anderem die Geschichte von L. Ron Hubbard. Der war ja ein Wunderwutzi, der konnte mit drei wahrscheinlich noch nicht laufen, aber er konnte schon reiten, war Blutsbruder irgendeines Indianerstammes. Und da wäre mal die interessante Frage, das wurde nämlich nachrecherchiert und dieser Indianerstamm kennt keine Blutsbrüderschaft. Ja, wieso können die trotzdem schreiben, er war Blutsbruder von dem Stammmann? Und das zieht sich durch, also die Geschichte von L. Ron Hubbard, die also immer noch aktuell von Scientology erzählt, sind eigentlich lauter Lügen. Ah, okay. Und über das ist aber kein Scientologe, geschweige denn ein Scientologe aus dem Scientologischen Geheimdienst, bereit zu sprechen. Ich hoffe, du erlaubst mir eine etwas pikante Frage. Ja, gerne. Und zwar, wie verhält sich das, ich sage mal, mit der Täterschaft in Scientology? Also der normale Scientologe ist ja, ich sage mal, Opfer und es zieht sich ja eigentlich auch bis oben hin, dass er Opfer ist, dass er im Prinzip ausgebeutet wird. Aber ab wann ist ein Scientologe auch Täter? Ja, Täter ist ja in dem Moment, wo er das, was er quasi vermittelt bekommt, weitergibt, unter Anführungszeichen. Also ich sage das immer so, auch bezogen an meine Person. Es ist ein, zumindestens, sagen wir mal 50-prozentig, 50% Opfer, gar keine Diskussion, aber auch Täter. Man darf, also das ist das, wofür ich immer plädiere, man darf die Täterschaft nicht außer Acht lassen, weil man kann nicht, oder meine Ex-Frau hat das einmal gut formuliert, die hat gesagt, man kann nicht jemanden ins Bein abhacken und dann sagen, oh, Entschuldigung, es tut mir unheimlich leid, sondern so läuft das nicht. Ja, da muss man dann schon auch etwas tun, um das wieder zu korrigieren oder wieder gut zu machen. Ist das auch so ein bisschen dein Antrieb? Bis zu einem bestimmten Grad, ja. Also ich mache das eigentlich, wenn ich mir das genau anschaue, eigentlich aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite sicher auch. Man kann sich nicht einfach aus der Geschichte stellen und kann sagen, so, es tut mir leid und ich lebe jetzt mein Leben. Auf der anderen Seite ist auch, für mich war das Aufarbeiten insofern auch unheimlich interessant, weil ich wollte einmal der Sache auf den Grund gehen. Ich wollte verstehen können, wie konnte das passieren. Weil es ist ja nicht so, dass jemand in der Früh aufwacht und sagt, so, heute trete ich einer Sekte bei oder ich gehe zu Scientology. So läuft ja das nicht. Das ist ja ein Ablauf und um den nachvollziehen zu können, habe ich mich eigentlich jetzt in den letzten zehn Jahren ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, um mir diese Frage selbst beantworten zu können. Wo wir jetzt gerade noch bei der Demonstration sind, wie siehst du den Schaden, den Anonymous Scientology zufügt? Naja, ich würde einmal so sagen, also ich habe das von mehreren Seiten schon bestätigt gehört von Scientology. Das ist, wie man so schön sagt, a pain in the ass. Also das tut ihnen weh. Das ist ein Störfaktor, ein permanenter. Und vor allem dadurch, dass es Anonymous gelungen ist, das jetzt seit über vier Jahren in Permanenz zu machen, ist das einfach eine Geschichte, die einen, ich würde einmal sagen, mehr als nur stört. Sie wissen zwar jetzt, okay, ihr kommt jeden zweiten Samstag oder manchmal dritten, also man kann sich da schon einrichten, sie lassen halt dann ihre Rollos runter und spielen tot. Aber es ist eine permanente, wie soll man sagen, also jedes einzelne Scientology-Mitglied wird permanent darauf hingewiesen, dass es da jemand gibt, der dagegen auftritt. Und das würde ich jetzt umgekehrt, also wenn es in den 90er Jahren schon Anonymous gegeben hätte, wäre das vielleicht für mich insofern gut gewesen, weil dann wären vielleicht ein paar Dinge angesprungen. Ein bisschen Ehrenklick gemacht. Man setzt sich dann sehr wohl auseinander. Weil eine kritische Fernsehsendung muss ich mir nicht ansehen, eine Zeitung muss ich nicht lesen, aber die stehen direkt vor der Org. Und das ist ganz was anderes. Da können sie die Rollos noch so dicht machen. Das wird wahrgenommen und in dem Moment, wo was wahrgenommen wird, passiert vielleicht etwas kausal. Also insofern tut ihnen das hundertprozentig weh. Gibt es noch etwas, was du den Arnold mitgeben möchtest? Nee, also ich würde einmal so sagen, wie käme ich dazu, jemand anderen zu sagen, was er tun soll. Okay, dann bedanke ich mich für das Interview. Gerne. War sehr aufschlussreich. Okay, darf ich noch jemanden grüßen? Aber natürlich. Ja, also ich möchte mich selber grüßen lassen. Das gibt es, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber in Österreich, Lukas Resetari, sagt euch was, das ist so ein Kabarettist, und der spricht da und sagt, Fernsehaufnahme, kann ich jemanden grüßen lassen? Ich würde mich grüßen lassen, ich zeichne mir das auf, und wenn ich dann zu Hause bin, kann ich mir das dann ansehen. Ich habe die Frage schon erzählt, ich bin mit 20, das ist zwar schon jetzt einige Jahre her, nämlich genau 1974, zu Scientology gekommen, weil meine damalige Freundin bei Scientology war. So kam ich zu Scientology und blieb leider Gottes 28 Jahre, bevor ich 2002 wieder ausgestiegen bin, und seitdem widme ich mich sozusagen mehr oder weniger dem Kampf, wo der Kampf ein falsches Wort ist, unter Anführungszeichen, sprich einfach Aufklärung zum Thema Scientology, also was ist Scientology und so weiter, weil das einfach viel zu wenig bekannt ist. Mhm. So, wie es geht. Erstmal willkommen in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Wir hoffen, dass du eine gute Anreise gehabt hast. Ja, naja, war okay. Ja, wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass wir mit dir ein kleines Interview machen wollten. Ich denke, die meisten von den Arlons werden dich kennen, aber auch für die, die es nicht tun, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, wie bist du zu Scientology gekommen? Naja, also im Prinzip relativ. Ja, und das ist, man muss vielleicht eines dazu sagen, es wird einem davor gegaukelt, dass dieses E-Meter irgendwas sieht. Ja, aber das E-Meter sieht nichts. Das ist eine reine, also gibt es einmal, wenn man so möchte, zusammenfassend kann man das so sagen, gibt es einmal nachgeforscht. Es misst dem psychokalvanischen Hautwiderstand. Ja. Aber es sagt nichts aus in dem Sinne. Ja, man kann das vielleicht am einfachsten so beschreiben, wenn jemand in einer Situation ist, die ihm nicht angenehm ist, dann kennt man ja das, da schwitzt man manchmal ein bisschen in den Händen. Und ähnlich läuft das ab, nur halt auf noch viel kleineren Niveau. Mein Gefühl? Naja, man muss sich das so vorstellen, also wenn man nicht weiß, was Scientology ist, begegnet einem Audi-Ding, also ich beschreibe das immer so, das ist so ein Mittelding zwischen einer ganz schlechten Psychoanalyse und einem sehr guten Polizeiverhör. Okay. Also es wird verhört, taktisch eher vorgegangen, es wird dabei ein Lügendetektor benutzt, im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses E-Meter, dieses Scientology, was technisch gesehen ein sehr primitiver Lügendetektor auf dem technischen Stand der 50er Jahre ist. Also das, was man mal sieht mit diesen Dosen in der Hand. Genau. Und was für Positionen hattest du so bei Scientology inne? Naja, ich war unter anderem in den Jahren auch mal der Chef von Scientology Österreich, also ich war dreieinhalb Jahre lang Mitarbeiter von Scientology und in dieser Zeit war ich unter anderem auch ein bisschen über ein Jahr Chef von Scientology Österreich in Wien. Also du weißt schon ziemlich genau, wie das abläuft. Ich würde mal sagen, ich kenne die internen Abläufe relativ gut und die haben sich ja auch in den Jahren nicht verändert. Die sind heute noch genauso wie damals. Man hört ja in der Öffentlichkeit häufig von diesen Auditings. Kannst du dich noch an dein erstes Auditing erinnern? Wie lief das ab?